Und wir schalten ins Risikogebiet nach Berlin. Phoenix Nachgefragt heute mit Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen nach Berlin. Schönen guten Morgen. Ja, Sie haben ja gerade Frau Schwesig gehört. Also heute Morgen im Morgenmagazin hat sie sich geäußert. In Sachen Beherbergungsverbot, was ja eigentlich ein Testgebot ist, muss man vielleicht präziser sagen, wird sich da wohl nichts tun. Überrascht Sie das, dass da jetzt im Vorfeld des Treffens morgen so eine klare Kante kommt? Nein, das überrascht mich nicht. Mecklenburg-Vorpommern gehört ja zu den Ländern, die immer schon relativ restriktive Regelungen hatten. Das hat Frau Schwesig ja auch noch mal betont. Ich glaube, wir haben hier einen ganz klassischen Fall, wo zwei Interessen aufeinanderstoßen. Nämlich zum einen Länder wie Mecklenburg-Vorpommern oder auch Schleswig-Holstein und andere und ostdeutsche Länder, die ein niedriges Infektionsgeschehen haben und auch dafür sorgen wollen, dass sich das nicht ändert durch Touristen. Und andererseits aber den Wunsch, in der Bevölkerung einheitliche Regeln zu haben. Und das stößt hier aufeinander, weil natürlich die Länder unterschiedliche Einschätzungen davon haben, wie die Gefahrenlage bei ihnen ist, wenn Touristen kommen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass man natürlich nicht dauernd auf das Dashboard vom Robert-Koch-Institut gucken möchte, um jeden Tag oder jede Stunde ja fast nachzuprüfen, ob man jetzt in einem Risikogebiet lebt oder nicht. Das verändert sich ja jeden Tag, wenn Sie auf die Karte schauen. Dann hatten wir vor ein paar Tagen noch einige Großstädte, die rot, dunkelrot waren. Das heißt, die eine Inzidenz von mehr als 50 Infektionen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner hatten. Und inzwischen sieht das aus wie Windpocken eigentlich, diese Landkarte. Und das verändert sich ja jeden Tag. Und das ist natürlich wahnsinnig mühsam. Das heißt, eigentlich ist es sinnvoll, individuelle Regelungen zu schaffen. Aber der Wunsch nach Einheitlichkeit steht dem entgegen. Und da ist es ganz schwer, eine gleiche Linie zu finden. Jetzt gibt es ja morgen im Kanzleramt keine Videokonferenz wie in den letzten Wochen und Monaten, sondern die Ministerpräsidenten reisen alle tatsächlich an, um mit der Kanzlerin über die Lage zu diskutieren. Drückt das auch ein wenig aus, wie kritisch, wie ernst die Lage im Moment ist? Also, wenn das so ist, dann muss ich zugeben, das höre ich zum ersten Mal. Ich dachte, das sei wieder eine Videoschalte, in der nur die beiden Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, also Herr Müller, der das Amt ja neu übernommen hat, und Herr Söder, der jetzt sein Stellvertreter ist, anreisen. Und die anderen werden zugeschaltet. Aber wenn das so ist, dann finde ich zunächst einmal, dass das ein etwas merkwürdiges Zeichen ist, wenn man insgesamt ja darauf bedacht ist, Reisetätigkeit zu beschränken, dass dann die Ministerpräsidenten alle hierher kommen, aus welchen Risikogebieten auch immer. Da sind ja einige Hauptstädte durchaus dabei. Aber gut, offensichtlich scheint die Atmosphäre, wenn man dann zusammensitzt, in diesem großen Konferenzraum im Kanzleramt, wo diese Sitzungen dann stattfinden, es gab ja im Sommer schon mal eine, als die Lage entspannter war, als die Ministerpräsidenten alle anreisten, man kann sich da natürlich unmittelbarer austauschen. Also, was wir so hören aus den Videokonferenzen, ist das schon so, dass dann da auch technisch, wie in jeder Redaktionskonferenz, die wir ja auch kennen, Probleme auftauchen. Herr Fried, Entschuldigung, ob persönlich oder in Videokonferenzen, der Druck scheint ja wohl größer zu werden, jedenfalls auch aus der Ärzteschaft. Denn da kommen ja durchaus Stimmen, die sagen, man soll nicht immer so auf diese Infektionszahlen schauen, sondern auf das tatsächliche Geschehen in den Krankenhäusern und bei den Schwererkrankten. Was bedeutet das denn für die Bundesregierung und für die politisch handelnden Ministerpräsidenten, dass davon da offensichtlich jetzt auch mehr Kritik kommt? Ja, das ist natürlich unerfreulich für die Politik, weil Funktionäre aus dem Gesundheitswesen, gerade von der Ärzteschaft, gelten natürlich zunächst einmal als Experten, die sich damit auskennen. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber es verschärft natürlich die öffentliche Debatte schon in einer manchmal problematischen Weise. Ich will Ihnen mal zwei Beispiele nennen. Da ist der Herr Gassen von der Kassenärztlichen Vereinigung, der letzte Woche noch mit Jens Spahn, dem Gesundheitsminister, in der Bundespressekonferenz saß, wo alle Teilnehmer, auch Herr Wieler vom RKI und auch der Minister, eigentlich einen moderaten Ton angeschlagen haben und gesagt haben, die Lage ist ernst, aber man kann dem durchaus noch begegnen. Und dann kommt der Herr Gassen, ein oder zwei Tage später, und sagt, das ist sowieso alles nur Panikmache, was hier passiert, und man darf nicht so sehr auf die Infektionszahlen schauen. Und jetzt heute Morgen höre ich, dass der Herr Montgomery statt Beherbergungsverboten vorgeschlagen hat, dass man eher darauf achtet, dass die Menschen aus den Risikogebieten nicht so leicht ausreisen können. Ich meine, was ist das für ein Vorschlag? Wie soll die Politik das machen? Wollen wir jetzt 50 Landkreise mit Polizei umgeben, die da die Ausreisenden kontrolliert? Also das ist eine Form des Mitredens in dieser Debatte, die ich ausgesprochen problematisch finde, weil, mal im Ernst, beide Herren stehen zwar für ihre Verbände in der Verantwortung, aber null in politischer Verantwortung. Und das macht die Sache für die Politik auch nicht einfacher. Die da ganz oben steht in der politischen Verantwortung, ist Kanzlerin Merkel, die ja morgen den Ministerpräsidenten zu Gast hat oder zumindest mit Ihnen sprechen wird. Was sind jetzt aus Ihrer Sicht die wichtigsten Aufgaben für Frau Merkel? Man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, sie hat sich ja eine Zeit lang zurückgenommen, die Ministerpräsidenten machen lassen. Dann hat sie sich wieder eingemischt, hat sich mit den OBS in der letzten Woche kurz geschaltet und jetzt moderiert sie diese Veranstaltung. Morgen kann sie denn auch politisch jetzt eingreifen bei diesem Treffen in dieser Lage? Sie kann nur qua ihrer persönlichen Autorität eingreifen. Das ist ja etwas, was wir in dieser Pandemie gelernt haben in den letzten Monaten. Die Kanzlerin, die Bundesregierung an sich hat nur sehr wenige Möglichkeiten, wirklich Einfluss zu nehmen, sondern die allermeisten Umsetzungsfragen auch des Infektionsschutzgesetzes sind Ländergeschichten. Und deswegen entstehen ja auch diese großen Unterschiede. Ich glaube, was die Kanzlerin morgen wahrscheinlich bewirken werden muss, ist etwas, was wir so in dieser Pandemie noch nicht erlebt haben. Wir haben gelernt in den letzten Monaten, dass Wissenschaft sich irren kann, dass das auch dazu führen kann, dass man neue Maßnahmen trifft. Nehmen Sie nur den Mund-Nasen-Schutz. Am Anfang total verpönt. Mittlerweile gilt es als das Hauptschutzmittel in dieser Pandemie. Das hat auch damit zu tun, dass über wissenschaftliche Studien neue Erkenntnisse gekommen sind, die man dann in der Politik umgesetzt hat. Worum es morgen geht, ist tatsächlich mal etwas zu korrigieren, wo die Politik sagen muss, da haben wir als Ganzes wahrscheinlich Mist gebaut. Und damit meine ich diese Frage der Beherbergungsverbote. Nicht, weil das vielleicht für das eine oder andere Bundesland nicht sinnvoll ist, sondern weil man dieses totale Durcheinander zugelassen hat und keine bessere Lösung gefunden hat, wie man das regelt. Und das ist morgen, glaube ich, mal die erste große Herausforderung oder zum ersten Mal, dass die Politik mal wirklich sagen muss, hier haben wir unglücklich agiert, hier müssen wir uns korrigieren, hier muss es transparenter und klarer werden für die Bürgerinnen und Bürger, was wir jetzt eigentlich wollen und was das bezweckt. Ja, wir sind gespannt, wie das da morgen ausgeht im Kanzleramt. Nico Fried war das von der Süddeutschen Zeitung mit seinen Analysen und Einschätzungen. Ich sage vielen Dank dafür und einen schönen Tag noch in die Hauptstadt. Ich danke Ihnen. Tschüss. Ich danke Ihnen.